Herzlich Willkommen in der Asklepios Klinik Lich. Unser Wunsch ist es, dass Sie sich in unserem Haus wohlfühlen und als Patientin oder Patient in guten Händen wissen. Wir sind der kompetente und persönliche Ansprechpartner für Ihre Gesundheit. Wir bieten eine exzellente Versorgung, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Patienten. Bei uns bekommen Sie individualisierte Spitzenmedizin, belegt durch beste medizinische Ergebnisse. In der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie steht ein motiviertes und leistungsfähiges Team für die ambulante, stationäre und operative Therapie zur Verfügung. Im Fachbereich der Allgemeinchirurgie sind Operationen des Dick- und Enddarmkrebs sowie die Beckenbodenchirurgie ein wichtiger Schwerpunkt unseres Leistungsspektrums. Dementsprechend halten wir bei allen Darmerkrankungen modernste diagnostische und therapeutische Verfahren vor. Schonende Operationen von Analfisteln mit sogenannten Fistelplugs gehören ebenso zu unserem Therapiespektrum wie die Behandlung mittels sogenannter Over-the-Scope-Clip, einer Innovation bei der Behandlung dieser Erkrankung. Durch modernste Verfahren wie der sakralen Nervenstimulation können wir auch Patienten mit Inkontinenz dauerhaft helfen. Wir legen hohen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen Spezialisten. Beispielhaft hierfür ist unser gemeinsames Kompetenzzentrum für Koloproktologie. Auf diese Weise sichern wir den bestmöglichen Therapieerfolg von Darmpatienten auch über die stationäre Behandlung hinaus. Ein weiteres Beispiel für unsere erfolgreichen Kooperationen ist das Beckenbodenzentrum Hessen-Mitte. Um komplexen Erkrankungen des Beckenbodens gerecht zu werden, arbeiten unsere Viszeralchirurgen und Koloproktologen mit Gastroenterologen, Radiologen, Gynäkologen, Urologen, Osteopathen und Physiotherapeuten zusammen. Mit dem Ziel, unseren Patienten die geeignete und erfolgreiche Behandlung zukommen zu lassen. Die Hernienchirurgie ist ein weiterer Schwerpunkt der Klinik. Die Zertifizierung durch die Deutsche Herniengesellschaft belegt unsere hohen Qualitätsstandards bei der Behandlung von Bauchwandhernien, Leisten-, Nabel- und Nabenhernien sowie Zwerchfellhernien. Zum Einsatz kommen modernste Operationstechniken, bei denen wir auf minimalinvasive Verfahren setzen. Beispielsweise beim Entfernen von gut- und bösartigen Tumoren, Divertikelerkrankungen sowie chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, bei der Antirefluxchirurgie sowie beim Lösen von Verwachsungen. Auf diese Weise unterstützen wir die Schmerzreduktion und fördern eine zeitnahe Genesung unserer Patienten. Dem verständlichen Bedürfnis unserer Patienten, ein gutes kosmetisches Ergebnis zu erreichen, tragen wir durch eine genaue Planung der Schnittführung, plastisch-chirurgischen Nahtechniken und der Beratung in der Wund- und Narbenbehandlung Rechnung. Obwohl die technische Ausstattung zunehmend an Bedeutung gewinnt, sind es unsere Fachkenntnisse und langjährigen Erfahrungswerte, die die entscheidende Voraussetzung für eine gelungene und komplikationsarme Operation darstellen. Welche Beschwerden Sie auch zu uns führen. Gemeinsam tun wir alles, um Sie bestmöglichst zu versorgen und zu betreuen. Herzlich Willkommen bei Asklepios. Herzlich Willkommen in Lich, in der Klinik für Allgemein- und Visceralkirurgie. Herzlich Willkommen in Lich, in der Klinik für Allgemein- und Visceralkirurgie.